Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz hier bei Holstein Kiel. Wir spielen am Sonntag auswärts gegen Hansa Rostock und Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Ja, wir freuen uns über einen Support von über 1300 Fans, die uns begleiten werden. Und damit kommen wir dann auch schon zum sportlichen Bereich. Und da begrüße ich wie immer unseren Chefcoach Marcel Rapp hier oben auf dem Podium. Marcel, Patrick Eras und Thomas Dehne fehlen dir weiterhin. Wie sieht es sonst im Kader aus? Ja, sonst sieht es sehr gut aus. Erstmal guten Morgen in die Runde, sieht es sehr gut aus. Wir hatten ein paar kranke Spieler, so Steven Skripsky hat gekränkelt, Louis Holtby hat gekränkelt, Johansi Makala hat gekränkelt. Die werden aber aller Voraussicht nach heute alle auf dem Trainingsplatz stehen, sodass wir jetzt keine Verletzten haben und gut durch die Pause gekommen sind. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu den Kollegen von der Presse hier vor Ort und fangen an mit Matthias Herrmann von den Kieler Nachrichten, bitte. Ja, moin Pär, moin Marcel. Nochmal ein bisschen zur Personalsituation. Karl Johansson und Jonas Sterner haben ja gegen AGF nach langer Verletzungspause im Testspiel ein bisschen länger auf dem Platz gestanden. Wie ist da der weitere, sag ich mal, Heilungsverlauf, alles im Rahmen? Ja, also sind alle gesund geblieben, waren ja davor auch schon gesund, haben Spielpraxis gesammelt, was glaube ich durch kein Training zu ersetzen ist. Deswegen haben wir das Spiel ja auch gemacht, auch gegen einen Gegner, der sehr gut war und haben jetzt die ganze Woche trainiert und im Einsatz steht, oder würde nichts im Wege stehen. Ja, dann nächste Frage von Luca Mohlitz, bitte, von RSH. Moin. Durch die längere Zeit, die man jetzt in der Vorbereitung Zeit hatte auf das Spiel gegen Hansa Rostock durch die Länderspielpause, worauf lag diese Woche oder diese zwei Wochen jetzt das Hauptaugenmerk? Ja, erstmal war die erste Woche in der Länderspielpause dafür da, da ging es eigentlich um das Spiel. Da haben wir jetzt wenig trainiert, also wir haben schon trainiert, aber der Fokus war einfach das Spiel. Und jetzt in der zweiten Woche haben wir ja schon eine lange Woche gehabt, wo wir uns um uns gekümmert haben, ja schon mal, sagt man ja so schön, wo wir unsere Dinge weiter verbessern wollten, so gegen den Ball, auch teilweise so mit dem Ball Form gemacht haben, wo wir nochmal gesagt haben, okay, wie wollen wir denn Fußball spielen, Tiefe attackieren und so weiter. Und jetzt beginnt eigentlich so der Fokus auf Hansa Rostock. Das ist, glaube ich, für uns ein ganz normaler Ablauf, dass wir da zwei Tage noch haben, wo wir dann den Gegner vorbereiten. Ja, dann Lars Grüning vom NDR, bitte. Ja, Länderspielpause ist vorbei. Immer so eine bliebte Frage danach, dann Fluch oder Segen? Was war es? Ja, also für Kalle Johansson und Jonas Sterner ein Segen, weil sie einfach Spielpraxis sammeln konnten. Aber Fluch würde ich auf keinen Fall sagen. Es kommt, wie es ist. Manchmal kommt man gut in die Pause, manchmal mit schlechteren Ergebnissen. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gegen Elversberg gemacht, wo wir uns einen Sieg gewünscht hätten. Zum Schluss kam ein Punkt dabei raus. Wir hatten jetzt Zeit zum Durchschnaufen und jetzt kommt der nächste Block und da wollen wir voll angreifen. Das Trainingsniveau diese Woche war super. Alle haben volle Energie und so muss es auch sein. Und dann steht auch nichts im Weg, dass wir eine gute Leistung bringen. Ja, jetzt bitte ich dann um Handzeichen für die Frage. Die erste kommt von Matthias Herrmann, bitte. Ja, Schuto Maschino war ja ein bisschen jetzt Startelf-technisch, hat er ja ein bisschen pausiert. Normale Entwicklung, deiner Meinung nach, so dass er auch mal so eine Phase hat und wie sieht es für Rostock aus, Doppelspitze? Ja, also bei Schuto ist es ja schon so, das wusste man ja von Anfang an so, kommt aus Japan, kommt hierher, muss sich umstellen. Und dann ist es ja schon oft so, dass erst mal eine große Euphorie da ist und dass irgendwie alles cool ist und irgendwann kommt der Alltag und trotzdem seine Leistung, die er gebracht hat, die waren okay. Und trotzdem gibt es auch Potenzial nach oben für ihn. Und jetzt haben wir uns mal entschieden, andere spielen zu lassen, ihn von der Bank zu bringen. Auch da darf man nie vergessen, er hatte keine Pause, also er hat quasi die Saison durchgespielt. Jetzt war er eine Woche in Japan, hat sich ein bisschen erholt, kommt zurück, hat ein Lächeln im Gesicht. Ein Lächeln tut er hier normal auch, aber ich glaube, das Lächeln ist nochmal ein bisschen größer worden. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was am besten zu Hansa Rostock passt. Und dann könnte durchaus möglich sein, dass wir mit zwei Stürmern spielen, kann auch sein, dass wir spielen mit drei Stürmern. Das lassen wir uns nochmal durch den Kopf gehen. Und dann gucken wir mal, wie wir am Sonntag auflaufen. Ja, Duka Molic, bitte nochmal. Blick auf den Gegner. Hansa Rostock zuletzt gegen Fürth verloren. Worin sehen Sie denn jetzt die Stärken und Schwächen des kommenden Gegners? Ja, erstmal auswärts in Rostock zu spielen, ist nicht so einfach. Da spielt man, glaube ich, schon gegen die richtige Wand, die ihre Mannschaft richtig nach vorne peitscht. Dann ein Gegner, der so sehr kompakt Fußball spielt, der sich viele Duelle auch sucht. Also Eins-gegen-eins-Duelle. Es ist im Fußball immer so, dass man Zweikämpfe führen muss, aber gegen Hansa Rostock wird man einfach richtig dazu gezwungen. Und da ist es wichtig, dass wir uns in den Duellen durchsetzen. Das wäre am einfachsten. Aber ich glaube, noch wichtiger ist erstmal, dass wir gute Positionen finden, um in die Duelle zu gehen. Dass wir eine gute Rechtsverteidigung haben, weil das ja auch schon die Stärke ist, von ihnen umzuschalten. Und ich glaube, das ist ja auch schon eine Tradition in Rostock, dass sie bei Standards sehr gefährlich sind. Da sollten wir auch ein Augenmerk drauf legen. Ja, Lars Gröning, bitte. Ja, auch ein Nordderby in Rostock. Was für eine Stimmung erwarten Sie sozusagen im Stadion, aber auch vielleicht so auf dem Feld? Wird das auch ähnlich hitzig werden, wie es ein Nordderby so in sich hat? Ja, also in der Vergangenheit waren die Spiele schon, dass die Zuschauer dann da waren und dass die nach vorne gepeitscht haben. Und ich glaube, darauf muss man uns einstellen. Aber das macht ja auch Spaß, da so zu spielen. Wir haben ja auch einen guten Support. Also von dem her wollen wir auch alles dafür tun, dass unsere Fans glücklich heimfahren. Und in Rostock ist es dann immer so, was ich gerade gesagt habe, es wird viele Zweikämpfe geben. Dann wird es wahrscheinlich auch hitzig werden. Wobei ich jetzt fand, in der Vergangenheit war das jetzt nie ein unfaires Spiel, sondern einfach dann auch ein hartes Spiel. Aber ich glaube, darauf stellen wir uns ein. Darauf sind wir vorbereitet. Und ich glaube, das Spiel können wir auch mitspielen. Ja, direkt. Noch mal eine Warte. Ein Viertel der Saison ist ja rum. Jetzt geht es weiter. Ab wann setzt man sich denn so ein bisschen die Ziele? Also nach oben hin sieht es gut aus, nach unten ein kleines Polster? Oder spielt man erst mal einfach weiter? Wir spielen jetzt nicht einfach weiter, sondern wir haben ja schon Ziele. Und das oberste Ziel ist immer, das nächste Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das ist auch das, was am meisten Sinn macht, dass man sich so ein Ziel setzt. Und dann geht es ja immer um die Frage so, wie schafft man das? Also was muss man dafür tun, ein Spiel zu gewinnen? Und das sind unsere Ziele, dass wir einfach Woche für Woche die Parameter auf den Platz bringen, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass wir ein Spiel gewinnen. Und ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Und es ist dann völlig egal, was wir uns für ein Ziel setzen, weil das oberste Ziel ist immer, das nächste Spiel zu gewinnen. Und was dann zum Schluss dabei rauskommt, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, wenn wir so weitergehen oder wie wir jetzt den Weg begonnen haben, dann werden wir noch einige Punkte holen. Weitere Fragen? Matthias Herrmann, bitte. Ja, wir hatten ja auch, oder du hattest ja zwei Rückkehrer aus der Nationalmannschaft. Diesmal alle fit geblieben. Wie sind Colin Kleinebekel und Tom Rote so wieder hier angekommen? Ja, so wie erwartet, wenn Jungs von der Länderspielreise zurückkommen, dann sind sie oft gut drauf, weil es ja einfach auch eine Ehre ist, für sein Land zu spielen. Jetzt haben beide ein Spiel gemacht, was ja auch super ist. Da haben sie nicht zu viel gespielt, sondern sind im Rhythmus geblieben. Und von dem her haben alle genug Pause gehabt in der Länderspielpause, hatten trotzdem ein Spiel und sie kommen mit Selbstvertrauen zurück. Und deswegen hat sich die Reise gelohnt für sie. Ja, Luca Mollis, bitte. Vergangene Woche wurde ihr Vertrag verlängert. Erst einmal herzlichen Glückwunsch dazu. Mich würde interessieren, welche Ziele und Ambitionen haben Sie jetzt für die kommenden Jahre mit dem Verein? Ja, die gleichen Ziele und Ambitionen, wie ich noch vor drei Wochen hatte, wo der Vertrag noch nicht verlängert wurde. Ich will jeden Tag der beste Trainer sein, den ich sein kann. Das erwarte ich auch von den Spielern und das will ich einfach vorleben. Und dann ist es mir eigentlich erst mal völlig egal, ob mein Vertrag noch ein halbes Jahr geht oder noch zwei Jahre geht. Und von dem her ist das, glaube ich, das, um das es geht, dass man sein Bestes einbringt in die Mannschaft, in den Verein. Und dann wird man auch die Ziele oder die höchstmöglichen Ziele erreichen. Weitere Fragen? Dann schaue ich in die Runde. Das sieht nicht so aus. Dann war es das von uns hier aus dem Holsteinstadion. Ich wünsche noch einen schönen Restfreitag und wir sehen uns Sonntag. Bis dahin. Ciao.